Wir befinden uns mitten in der Kreuzung und manchmal dauert das hier ein bisschen länger, weil wir Gegenverkehr haben. Macht euch da bitte nicht verrückt, manchmal dauert das halt ein bisschen länger und wir müssen dann manchmal ein bisschen länger warten. Wir haben gegenüber auch ganz viele Rechtsabbieger und denkt bitte dran, rechts vor links.